Hallöchen, ihr der Nale4 und willkommen zurück bei Fallout Shelter, ihr Lieben, wo es weitergeht. Hier erstmal mit dem Tagesbericht, der sagt alles tutti, C plus ist in Ordnung, gönnt ihr die Kronkorken. Und ja, wir sind hier wieder im altbekannten Chaos Bunker 17.3, wo ich mich jetzt aber gerne hier auf den Weg zur nächsten Mission machen möchte. Die, da heißt Lunchbox gesucht. So ein Ding ist das. So heißt die. Und ich habe eine Vault-Tec Lunchbox ausfindig gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Freiwillige, die mir losschicken, um sie zu holen. Ja, und natürlich, ihr kennt es, hat sich der angehende Idiotentrupp bereit erklärt, das zu machen. So, jetzt müssen wir erstmal hier das Feuer löschen. Ja, ne, bleibt, 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 bleibt hier. Oh, leck. Warum gehen die jetzt denn nach da oben? Ich hasse das. Das ist, ah. Es ist Steuerung, manchmal ist es immer noch ein Traum. So, verpiss dich nach da oben und geh das Feuer löschen. Auf geht's. Immer da, wenn man es eilig hat. Ist furchtbar. So, ihr Nudeln. Auf geht's. Lösch den Bums. Dass es weitergeht. So, du warst doch hier, ne? Ja, wunderbar. Geh zurück an deinen Posten, mein Lieber, und mach dort weiter hier die Cafeteria sauber. Muss doch geschrubbt werden. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich hier, ähm, den angehenden Idiotentrupp losgeschickt habe, um diese Lunchbox zu holen. Ich würde sagen, ich schaue mal, ob die das heute schaffen. So, das Ding ist groß. Okay, ich bin gespannt. Ihr Lieben, ihr seid hoffentlich mehr als breit, wollte ich fast schon sagen. Hier ist er breit, ne? Ihr macht das. Ich denke auch. Ihr Lieben. Gut, also, lass mal anfangen. So, was haben wir dabei? Der liebe Nahle führt das Ganze an mit seiner Pissole. Wir haben insgesamt sechs Stimpaks und sechs Radaway dabei. Dann Kevin ist am Start mit Papagei. Und der liebe Colonel Autumn ist auch dabei, Stufe 37. So, also, es sollte hier entspannt sein. Kriegen wir hin. Also, rein den Aal und mal gucken, was mich dort erwartet. Ein Königreich für ein heißes Bad. Wenn du daheim bist, kannst du das machen. Auf jeden Fall. So, und ich glaube, es ist dezent leise, ne? Ja, lass mal das machen. So, passt. Also, ein Jäckchen gefunden. Kronkorken. 303. Das ist schön. Gehen wir mal den Aufzug runter und schauen mal. Oh, ist ein schöner, großer Raum. So, da haben wir nix. Da geht's lang. Das habe ich im C. Ja, aber hallo. Guck mal, da sind die Ghoul auch schon. Werden alle hier weggenudelt. Auf geht's. Haut's um. Stab, doom. Aber ich stehe nicht rum, ne? So, jetzt Allauf ein. Da gab's gut aufs Maul. Okay. So, ooooh. Was war das denn? War das ein Bauplan? War das ein Bauplan? Diese Dinger? Waren das Baupläne? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war was Tolles, meine ich. Okay. Genau, alle auf einen. Systematisch weggenudeln. Dann geht das schneller. So. Guck mal, er hat ein Level up. Stufe 30. Glückwunsch, Melilla. So, und der hat auch noch einen Bauplan. Hey, das waren noch Baupläne, ne? Ne Rüstung. Und zwei Stimpaks wieder drin. Sehr schön. Hey, cool. Mach mal den nächsten. Wie war das? Ah, ja, genau. Bam, 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 bam. Okay. Okay. Gut, muss mir da reinkommen, ne? Kürt verkackt, aber hey, ist in Ordnung. Hey, falls ich sterbe, will ich in meinem Anzug begraben werden. Kann man machen. Wenn das ein Wunsch ist, ist das okay. So, das gab jetzt nochmal stolze 693 Kronkorken insgesamt. Sehr schön. Und garstige Kackelaken. Brauchen wir dafür den Crit? Komm, hier, ein Fünfer. Achtung, gönn dir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Yeah. Nice. Es hat gerumst. Schön. Komm, hier nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Ah, fast. Aber hey, habt's auch ein Crit. Sehr schön. Right away. Ihr seid ja ziemlich hart verstrahlt, deswegen gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Und weiter geht's. Das vorletzte. Ein Stück lang. Oh, Maulwurfsrat. Ich hasse den. Okay. Okay. Und aus der Maulwurfsrat. Ratte haben es rausgezogen, die Lunchbox. Die klemmst du so zwischen den Zähnen. Ein Auto. Oh, ein blaues Gewehrchen. Verbessertes Sturmgewehr. Acht bis zehn Damage. Gönn dir. Hey, schön. Geiler Loot. Und was haben wir da noch? Okay, das ist aber, glaube ich, nur so ein normales Luftgewehr. Okay, das Ganze kann man verwerten. Okay, da geht's runter. Ich geh erstmal hier rein. Wir sollten ja jetzt Zackikowski umfallen. Bam, bam, bumm. Na komm, jetzt aber. Gut. Das stand aber nicht im Ödland, Überlebensführer. Beschwer dich nicht. Hey, du weißt, wo du dich drauf eingelassen hast. Oh, oh, was ist das denn? Okay, cool. Lass mal gucken. Und ein Mikro-Score. Was hat er denn da für eine Rüstung? Mittelalterliches Herrscher-Outfit. Gib zwei auf Charisma. Jetzt könnten wir eine Mutti anziehen, die hier im... ...im Questraum sitzt, ne? Okay, du kriegst ein Sim-Pack. Geh mal runter. Es sind nur noch eins, vielleicht zwei Räume. Vielleicht ist das hier noch ein großer Raum. Kakerlaken, ganz entspannt. Easy. So, wir haben hier noch ein Sim-Pack. Komm, krieg mir. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ah, fast. Fast. Ja, war nicht schlecht. Los, Leute. Der Aufseher soll stolz auf uns sein. Ich bin sowas von stolz auf euch. Ihr macht das. So. Vorletzter Raum. Was haben wir noch hier? Garstige Raider. Hauen wir erstmal sie weg. Jawohl. Okay, bitte. Komm, letzter Crit für heute. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nice. Bäm. Schön gemacht. Super. Noch ein Luftgewehr. Und Kronkorn. Und insgesamt schon 757. Haben wir noch eine Punkt 32er Waffe. Und noch mehr Kronkorn. 1057. Okay, noch ein paar Kakelaken. Das ist in Ordnung. Okay, Krippen. Eins, zwei, drei, vier. 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 Eins. Ah, fast. Und ein Schuss noch, dann ist Runden. Sehr gut. Katsching. Noch mehr Kronkorken. 1378. Ihr Lieben, ich freue mich sehr. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Vault. Und, ja. Design-Rezeptfragment haben wir gefunden. Zwei Stück. Eine Lunchbox und 1378 Kronkorken. Jawohl, sehr schön. Richtig viel. Traum. Die brauchen eine halbe Stunde und sind zu daheim. Ich würde sagen, das war doch wirklich ein sehr erfolgreicher Auftrag. Und wie es weitergeht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mehr dabei wärt. Bis dahin, macht es gut. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.